Ich bin im Vertrieb der Württembergischen tätig, weil ich in meiner Ausbildung schon festgestellt habe, dass der Vertrieb total spannend ist und bin dann auch gleich nach der Ausbildung, die ich bei der Württembergischen gemacht habe, in Außendienst gegangen. Und es gab bisher, das ist jetzt fast 30 Jahre her, nie einen Grund, sich einen anderen Beruf, noch eine andere Gesellschaft zu suchen. Das Besondere an der Württembergischen ist für mich, ich habe viele Kollegen, die sind schon länger als 20 Jahre im Unternehmen und das gibt mir die Beständigkeit und die Sicherheit, die ich in meiner täglichen Arbeit brauche. Und das partnerschaftliche Verhältnis zu dem Innendienst, wir arbeiten wirklich miteinander und füreinander. Wir haben tolle Produkte, wir brauchen uns nicht verstecken am Markt, der Kunde kann jederzeit optimal beraten werden, jede Versorgungslücke kann geschlossen werden. Und da bin ich wirklich total glücklich und zufrieden und richtig stolz, dass wir das alles unseren Kunden bieten können. Ich habe Beruf und Familie sehr einfach in Verbindung bringen können. Meine Familie hatte da jederzeit Verständnis für. Rohrbrüche und Unfälle halten sich nicht an Büroöffnungszeiten. Ich konnte mich selber timen und einteilen, sodass ich auch ein Geigenkonzert oder ein Handballspiel meiner Töchter auch nachmittags um 14 Uhr besuchen konnte. Das macht mir einfach Spaß und ich habe meinen Erfolg einfach selbst in der Hand. Als Grundvoraussetzung als Frau im Vertrieb arbeiten zu können ist, dass man eine positive Lebenseinstellung hat. Man muss einfach den Verkauf lieben. Und wir haben bei uns im Hause ja auch den Hausverein. Das ist eine Interessensgemeinschaft für uns Selbstständige und es ist sowas wie ein doppelter Boden. Wir haben Spezialisten bei uns im Haus, die uns jederzeit unterstützen, wenn wir auch nicht mehr weiter wissen, weil wir können nicht alles wissen, aber wir können immer auf jemanden zurückgreifen, der uns weiterhilft. Dann kann ich nur den Tipp geben, es einfach mal auszuprobieren, weil dann merkt man ganz schnell, wie viel Spaß es macht, im Vertrieb zu arbeiten. Um im Vertrieb erfolgreich arbeiten zu können, muss man außer natürlich der fachlichen Kompetenz eine Persönlichkeit mitbringen, flexibel sein, offen sein. Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit sind extrem wichtig und wenn man das mitbringt, wird man erfolgreich. ganz wichtig. Bis zum nächsten Mal.